Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Samstagmorgen reingestartet und damit natürlich auch ein schönes Wochenende. Jetzt offiziell an alle. Momentan traden wir bei ungefähr 16.960 US-Dollar, also knapp unter der 17.000 US-Dollar-Marke. Wir kämpfen weiterhin um das Golden Pocket. Die Short Order, die erste ist zu. Die zweite sprechen wir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal darüber. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst unten gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt für die nächsten Videos. Apropos, es kommt noch sehr wahrscheinlich dann am Montag noch ein ausführliches Altcoin-Update-Video da für euch, weil ich ja gestern in die Gruppen geschrieben habe, hey, habt ihr Bock drauf? Es waren wirklich alle dafür, dass ich einfach nochmal so ein Video mache, deswegen kommt das jetzt am Montag. Und wer es noch nicht gemacht hat, kommt in die Telegram-Gruppe und abonniert den Kanal mit einer Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. So, das war es jetzt aber von mir. Wie gesagt, momentan 16.960 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen kleinen Abverkauf in die Region um 16.750 US-Dollar. Hatte damit zu tun, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sehr, sehr interessant sein wird, was da für Zahlen gemeldet werden. Und wir haben die Prognose wieder komplett verfehlt. Also, die Prognose lag die letzten Monate immer bei 200.000 neuen Beschäftigten, beziehungsweise Beschäftigten. Wurde wie immer mal verfehlt. Letzten Monat waren es 284.000, jetzt nur noch 263.000. Und trotzdem, die FED hat gesagt, wir haben zu viele Jobs. Die Arbeitslosenquote ist auch gleich geblieben. Also, für die FED spielt es momentan alles in die Karten. Auch wenn auf der letzten Rede vom Poll erst einmal alles ein bisschen positiver war, ist das meines Erachtens wieder so ein kleiner Rückschritt. Also, trotzdem gehe ich davon aus, wir werden die 50 Basispunkte sehen, also 0,5%. Aber wie es danach weitergeht, ob wir dann nochmal 50 Basispunkte sehen oder generell mit einer viel, viel höheren Zinsrate rechnen müssen als prognostiziert, das wird sich dann auf jeden Fall, denke ich, dann nächste Woche, nächste oder übernächste Woche, dann muss ich später mal gucken, wenn ich das Video drehe für einen Wochenausblick, wird sich das zeigen. Ja. Soviel dazu. Wir befinden uns weiterhin hier in unserem Golden Pocket. Also, es hat sich wenig getan. Ich habe gestern noch ein Setup in die Gruppe wieder gepostet, nachdem ich es kurz mal invalide gemacht habe, dass wir weiterhin hier oben nochmal diesen Short-Bereich bei 17.330 US-Dollar triggern. Dazu stehe ich auch weiterhin. Wir haben hier einfach sehr, sehr viel Widerstand durch das Golden Pocket. Wir haben noch keine Bearish Divergence auf den 4-Stunden-Schaden. Und das ist genau der Punkt, warum ich hier noch ein bisschen vorsichtig bin einfach. Also, was heißt vorsichtig, warum ich hier einfach nochmal diesen letzten Impuls hier oben rein will. Weil diese kleine, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also hier dieser Mini-Bereich, der hier ein bisschen eine Bearish Divergence erzeugt hat, ist zu wenig. Deswegen kann ich mir weiterhin über das Wochenende vorstellen, dass wir eben noch dieses Hoch hier abgrasen. Einfach um die Liquidität zu holen. Und dann wirklich Ziel ist weiterhin die 16.500 US-Dollar. Warum sind die 16.500 US-Dollar das Ziel? Wir ziehen ganz kurz das FIP-Level von unserem Low bis zu unserem jetzigen High. Müssen wir natürlich dann nochmal umziehen, sollten wir ein höheres Hoch kriegen. Dann würde hier unten eben genau das Golden Pocket bei 16.500 US-Dollar liegen. Wir haben hier unten die Vector Candles. Ihr wisst oder ihr kennt das Spiel. Wir machen das Ganze ganz kurz mal an. Hier unten seht man hier diesen 4-Stunden-Vektor. Wir haben aber auch auf den 1-Stunden-Scharten-Vektor. Und das würde sich sehr, sehr gut anbieten, hier diesen noch zu holen. Einen größeren haben wir natürlich hier unten noch bei 15.800 US-Dollar. Aber den lassen wir jetzt erst einmal beiseite. Aber das ist zumindest momentan der Fahrplan. Wir holen uns die Liquidität, die unter der Woche erschaffen wurde. Holen uns dann, wie gesagt, diese und gehen dann mit einer neuen Candle nach unten. Und versuchen dann, genau da, wo wir die Woche gestartet haben, genau in unserer Psy-Range, beziehungsweise in unserem Psy-Low oder High, jeweils wieder zu akkumulieren, beziehungsweise hier wieder Support zu finden. Und damit hätten wir die ganze Woche wieder Revue passieren lassen und hätten damit wieder den Anfang der Woche erreicht. Das ist jetzt erst einmal der Fahrplan zu Bitcoin. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den Daily Close, weil da haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Aber auch hier keine neuen Änderungen. Wieder nur nach unten hin Liquidität geholt. Kein Higher High getroffen. Das heißt, wir müssen weiterhin hier dieser Bereich um 17.180, je nach Börse, ich würde mal lieber auf 17.250, glaube ich, bei Binance, würde ich eher schielen, dass wir hier wirklich ein Higher High kriegen. Ansonsten ist es weiterhin hier Liquidität abzufischen. Das sehen wir auch hier nochmal ganz gut. Mit der jetzigen Candle wieder hier ins Golden Pocket rein. Wieder nur die Liquidität abgegriffen und auch hier kein Higher High bekommen, was wir zuvor gebildet haben. Also bei ungefähr 17.145, da hatten wir diesen einen Daily Close. Da haben wir es den letzten Tag nicht drüber geschafft und hier auch wieder nicht. Also da ein bisschen aufpassen. Für mich momentan klar ein bisschen so Akkumulationsphase. Trotzdem, wir haben die Vektoren unten, wir haben das Golden Pocket unten. Wir haben oben zwar hier nochmal dieses kleine Volumencluster, aber das wäre dann einfach nur dieser ausschlaggebende Grund, einfach nochmal nach unten hin durchzubrechen. Gut, dann gehen wir zurück zu Ethereum. Ethereum im Endeffekt das gleiche Spiel auch hier. Momentan ist keine Short-Position mehr offen. Alles wurde ausgestoppt. Ich warte auch hier noch auf ein höheres Hoch. Auch einfach hier, um diese Liquidität hier oben bei ungefähr, was haben wir hier, 1.311 abzugrasen. Sollten wir die kriegen, werde ich auch hier wahrscheinlich nochmal ein Short-Setup probieren. Hat auch den Aspekt, wir haben hier drüben noch ein bisschen einiges an Liquidität zu holen. Stop-Loss würde ich dann sehr wahrscheinlich, wir müssen mal gucken vom Volumen her, das wurde gefischt. Würde sogar ausreichend sein, wenn wir das hier in den Bereich der 1.340 US-Dollar holen. Das heißt, wenn wir hier ein Entry machen, 1.340 US-Dollar wären ungefähr 2,3% Risk. Ist absolut im Rahmen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir uns hier die Liquidität eben noch fischen, weil wir hier schon so eine Art kleines Doppeltop haben. Aber gut, was nicht ist, kann auch auf jeden Fall noch kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal zum Ausschlaggebend. Denn ansonsten seht ihr schon hier, wenn wir jetzt mal diese gelbe Linie wegmachen, dass wir uns in einer riesigen Seitwärtsphase hier langsam wieder befinden. Also sich hier eine größere Range langsam wieder ausbildet, wo wir auf jeden Fall noch hier in den Bereich der 1.213 US-Dollar runtergehen können. Hier haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Golden Pocket liegt hier in dieser Area. Hier liegt ein Vector natürlich. Also wäre schon auch ganz gut, wenn wir uns eben diese kleine Range hier auch nochmal holen, beziehungsweise das Golden Pocket. Bearish Divergence, auch hier liegt keine vor. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mir dann so Gedanken mache, okay, doch noch so ein kleines Higher High. Würde jetzt perfekt in die Karten spielen hier auf dem 4-Stunden-Chart. Also hier ein bisschen Auge drauf werfen. Könnte auf jeden Fall im Laufe des heutigen Tages oder spätestens morgen dann noch passieren. Also ich rechne auf jeden Fall diese Woche noch mit einem kleinen Higher High, auch wenn es nur 1, 2 Dollar sind. Aber muss meines Erachtens sein. Gut, dann XRP brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so weit eingehen. Wir befinden uns weiterhin hier im Abtritt. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, hier in dem XRP und IOTA-Update-Video. Also schaut euch das gerne an. Den Link werde ich am Ende des Videos kurz einblenden. Da sind immer da noch zwei Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Also da brauchen wir jetzt erst einmal nicht näher drauf eingehen. Abtrend hält, das ist das Wichtige. Dann haben wir noch Chainlink. Chainlink habe ich auch gestern noch ein kleines Short-Setup in die Gruppe gepostet. Hat den Aspekt. Wir haben hier oben eben das Golden Pocket. Und Chainlink hat einen enormen, enormen Abtrend. Mit ein paar Vector-Candles dazwischen. Wir befinden uns hier in so einem Art-Rising-Redge. Ich muss ihn nochmal gescheit einzeichnen. Genau hier. Drei Berührungspunkte hatten wir noch. Und ich erwarte auch hier eben nochmal so diesen kleinen oder letzten Impuls einfach in dieses Golden Pocket rein. Und dass wir das dann eben nach unten hindurch brechen und auch hier erst nochmal eine Korrektur einleiten. Erstes Ziel wäre dann erst einmal hier die ungefähr die 7,30 Dollar. Ich glaube auch hier habe ich den ersten Take Profile dann gesetzt. Muss ich nochmal gucken. Und ansonsten, hier unten haben wir eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone. Wenn wir uns das jetzt einfach nochmal vom Golden Pocket angucken. Von, ich sage jetzt mal vom jetzigen High. Würde das auch hier unten dann nochmal diese kleine Demand-Zone treffen. Also wir haben ja auf jeden Fall genug Korrekturlevel, die wir ins Auge fassen können. Deswegen auch der Short. Ich sehe den für längerfristig auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Dann hat Ricky gestern noch in die Gruppe gepostet. Ey Manu, wir haben bei Uniswap auch einen ordentlichen Pump. Den konnte ich leider nicht mitnehmen. Aber wir befinden uns auch hier in der 4-Stunden-Supply-Zone. Wir können auch mal ganz kurz hier das Golden Pocket dazu ziehen. Also ihr seht schon, sieht schon stark nach einem großen doppelten Boden aus. Aber ich wäre hier noch ein bisschen vorsichtig. Wir gucken ganz kurz das Golden Pocket an, wo sich dieses befindet. So, warte. Wir ziehen es mal ganz kurz richtig. Und da sehen wir, okay, wir haben auf jeden Fall noch minimal Luft. So, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, wir haben jetzt hier diese 4-Stunden-Supply, wo wir schon mal Liquidität gefischt haben. Es wäre relativ gut, meines Erachtens nach, wenn wir nur an dieses Golden Pocket hier bei ungefähr 6,61 Dollar rankommen. Die Liquidität fischen, dafür dann bitte auf den 1-Stunden-Chart bzw. 15-Minuten-Chart gucken. Ihr seht hier diese krasse Volumen-Candle, die aber mit der zweiten dann schon Short-Candle deutlich abgenommen hat. Trotzdem wäre noch die Möglichkeit, dass wir hier noch ein höheres Hoch kriegen. 6,60 Dollar ungefähr wäre dann so das Wunsch-Szenario. 6,56 Dollar bis 6,60 Dollar. Dann so ein kleines Doppeltop bilden und dann eben hier bis ungefähr 6 Dollar nach unten hin korrigieren. Das wäre zumindest auf den 1-Stunden-Chart das plausible Szenario. Müssen wir uns mal angucken, könnte man für ein Gruppen-Setup dann glaube ich auch ganz gut nehmen. Und da dann mal vom Risk-Management schauen wir auch mal ganz kurz, sollten wir hier beim Golden Pocket reingehen. 3% ist halt hier in so einer No-Trade-Area eigentlich, weil hier diese 1-Stunden-Supply-Zone sehr, sehr groß ist. Aber gut, das müssen wir dann mal gucken. Je nachdem, wie die Reaktion ist, wie gesagt, 15-Minuten-Chart, suche ich mir dann Entry und werde euch dann natürlich auch Bescheid geben. Gut, das war es von den Charts zumindest. Schauen wir noch ganz kurz nach den News. Kann eine Blockchain ohne Transaktionsgebühren funktionieren? Interessante These, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn euch das interessiert, schaut gerne bei CryptoGuru vorbei. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, also schaut da gerne rein. Und ich würde sagen, wir hören uns an der Telegram-Gruppe, kommt gerne dazu, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hören wir uns dann später zum Wochenausblick wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Stay Crypto. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und bis später. Bis zum nächsten Mal.